Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu meinem letzten Video für dieses Jahr. Keine Sorge, es werden noch sehr, sehr viele folgen. Ich versuche natürlich wieder meine Upload-Rate ein bisschen hochzuschrauben, weil ich es in den letzten Feiertagen halt nicht so geschafft habe in den letzten Wochen. Entschuldige ich mich nochmal dafür. Und ich entschuldige mich ebenfalls nochmal für dieses komische Video, was jetzt gerade läuft und ihr euch gerade anguckt. Ja, es ist nichts Besonderes. Ich hatte was vor, ich hatte auch zwei Videos vorbereitet, aber das hat mit dem Rendern alles nicht geklappt. Dann gab es Blackscreens und ich musste es nochmal rendern und es dauert insgesamt jetzt fünf Stunden zu rendern. Das schaffe ich heute nicht mehr. Heute ist nämlich schon Silvester. Ich werde das hier heute noch hochladen, ganz bestimmt. Ich verspreche es. Jetzt kommen zwar schon gleich meine Kumpels, aber das ist mir jetzt egal. Und ja, ich habe nämlich heute noch was vor. Heute Abend natürlich ein bisschen Party machen mit meinen ganzen Freunden. Ich hatte auch die Möglichkeit mit meinem Bruder mitzugehen, aber dann will ich dann doch lieber mit meinen richtigen alten Klassenkameraden und so ein bisschen ein Bierchen trinken vielleicht. Aber Freunde, erst, erst, erst die Böller zünden und danach trinken, weil es sind schon so viele Unglücke passiert und das wünsche ich wirklich keinem. Habe ich erst letztens hier gehört in den Nachrichten schon wieder, dass die ersten Hände wieder abgeflogen sind. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Bastelt euch da keinen Scheiß selber zusammen. Es sei denn, ihr seid da wirklich irgendwie richtig gut drin oder so. Ich habe keine Ahnung davon. Ich traue mich sowas nicht. Habe ich auch ganz ehrlich keine Lust zu. Aber 2014 wird für mich auf jeden Fall und für viele andere bestimmt auch ein richtig geiles Jahr. Ich weiß, das sagen viele immer am Anfang des Jahres, aber ich glaube für mich wird das wirklich, ja, wie soll ich das beschreiben? Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Jahr für mich, weil die Schule habe ich dann beendet. Und ja, die WM 2014 steht uns bevor. Ich bin ein totaler Fußballfan, wenn es um WM und EM geht und Champions League liebe ich auch einfach zu gucken. Jetzt normal Bundesliga gucke ich mir meistens immer nur die Sportschau an, aber WM, ich verfolge da jedes Spiel. Ich bin absolut im Fußballfieber und das macht mir einfach richtig Spaß da mit allen zusammen zu sitzen, Bier zu trinken und Fußball zu gucken, wie man das so macht. Und ich gehe auch noch auf Splash zusammen mit dem Caruso HD, also mit meinem Intro-Editor, bei dem ihr auch ruhig mal auf dem Kanal vorbeischauen könntet, auch wenn der gerade nichts mehr macht. Aber egal, er hat da schon ein paar Videos hochgeladen, ein paar Beats auch. Wenn ihr den fragt, könnt ihr die bestimmt auch benutzen in euren Videos. Ja, jetzt habe ich auch noch Werbung zugemacht. Im Hintergrund seht ihr einfach nur ein paar kleine Bilder, die habe ich da von Google, ein paar Wallpapers hier. Ich hoffe, das sind keine, ich hoffe, das sind lizenzfreie Bilder. Gibt es sowas? Wenn die Typen sagen, nein, das Bild habe ich selber editiert, das darfst du nicht benutzen, ich hoffe, so ist es nicht. Ich benutze die jetzt einfach, scheiß die Wand an, kack der Hund drauf, kack ins Essen und was weiß ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr, viel Erfolg und viel Glück, was man auch immer wünscht im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Trinkt nicht so viel, aber ihr könnt ruhig schon ein bisschen Party machen, aber nicht so viel trinken und so. Man will sich auch noch an alles erinnern und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich plappere hier schon wieder eine Scheiße zusammen. Ich wünsche euch einfach ein schönes neues Jahr, ein schönes neues 2014. Ich bin erstmal weg für dieses Jahr. Wir sehen uns dann im Jahre 2014 wieder, wahrscheinlich mit Warcraft erstmal. Ich weiß, das ist jetzt für viele deprimierend. Ich könnte auch erstmal, ja, ich lade erstmal ein Call of Duty Commentary. Ich lade erstmal ein Commentary hoch fürs neue Jahr. Das verspreche ich jetzt auch schon mal. Und ich bin jetzt erstmal raus. Haut da rein, Leute. Euer Fungi. Peace.